Da 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 Letztes Mal bei den Raketenagenten So, nichts machen Erst wieder die Ach das ist ein Rückweg Eeeh, ach so Ist man verkackt Na aber ab Komm wahrscheinlich wieder, aber Oh guck mal Das ist ne Ja, ich dachte, was geht drauf Die Docken nichts sind, sie explodieren Wuuu Map Map die Karte gefunden Map die Map, Map Ein gewissene Rende Wände, genau Ein gewissene Wände muss man boxen Oh, direkt Komm aus Hahahaha Nadel Gegenflug Aha Oh mein Gott, ja Nice Jetzt geht ja alles Jetzt kannst du da alle über Jetzt kannst du da überall hin Leute Hinterhältig Hinterhältiger Schaden What? Ein verurteid Fehl Ich kann es mir genau vorstellen wie die geheimen Augen Türen entstanden sind Es ist dann einfach wer vergessen hat die Kollision an der Wand zu aktivieren und ist da ein Testspieler durchgerannt und so Hm, das können wir in der Mechanik umbauen Nö Möglich Musst du da mit dem Ding in so einer Bombe machen Let's go Oder Faust Kann er keinen Thron öffnen? Doch, aber du musst genau davor stehen und das ist mit dem Geron nicht so leicht Er ist so groß Er ist so groß Er ist so hätt genannt Er ist so hättig, weißt du Öffnet eine Tür Let's go Ich glaube du hast schon locker ein drittel geschafft jetzt Ich glaube du hast schon locker ein drittel geschafft jetzt Ich glaube wenn du die Feuerpfeiler hast hast du eigentlich schon die Hälfte geschafft mindestens Also Ich glaube Schaffst du heute noch Guck mal jetzt auf jeden Fall erstmal voran hier Jawoll Glaubst du etwa du könntest etwas so großes bewegen indem du dich einfach drauf stellst Du musst den Weg finden das regelrecht in den Boden zu stampfen Was? Ich finde es lustig dass der Absprung alleine noch nicht dafür ausreicht ne Was? Ja du musst ja in der Luft nochmal nach unten beschleunigen Ja aber musst du nicht trotzdem mit dir gehen? Pssst Pssst Jetzt komm ich wieder mit Logik ne Pssst 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 Hä? Was hat das für ein Mehrzweck? Geh erstmal in dieses Teil da, oder? Geh erstmal weiter. Schlag das weg. Ähm, gehst du hin? Wo rennst du wieder hin? Ich muss ja erstmal wieder rüberspringen. Dann rede den erstmal, den Schalter. Und hau mal dagegen. Gegenhauen? Von der Seite her. Meinst du, das klappt? Mach mal. Nicht dagegen! Dagegen! Oh, okay. Meinst du, das klappt? Hm. Was hat das jetzt für einen Sinn? Hä? Versteh es nicht. Oh. Ne. Doch, jetzt kannst du den anderen runterhauen, da drüber wieder hochkommen. Ach so. Ah. Das macht Sinn. Oder? Ja. Jetzt ist der nämlich wieder weg. Ach so, genau. Ach so, genau. Wir sind in der Mitte. Oh nein. Jetzt kann ich schnell schief gehen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Da drüber. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, du bist ja ein Drift-Kang oder so. Hast du den Drift easy? I guess. Das ist ja driftiger Grund. Kann man da irgendwas abschießen mit dem Fall? Ich glaub nicht. Das ist extra so cheesy hingestellt. Richtig käsig. Aha! Hier kenn ich. Hier war eben ein Auge der Wahrheit irgendwas. Ja, da hin. Oh boy. Mach erstmal den da weg. Mach den erstmal weg, den nervigen Ice-Boy. Punch it. Zweifel. Punch it. Kannst du einfach nochmal auf ihn drücken, ne? Mach deine fette Handlung. Der mit der Arsch ist geil. Quam. Richtiger Bummer. Ich suchte vielleicht als Link. Da muss ich wieder hochgehen, Alter. Ich hab zwei Kacke. Schau. Das ist auch nicht so. Uh. Weaver. Strong. Das ist rechts so die Ecke. Clean. Clean, Weaver. Feuerweiter. Ne. Warum schreibst du mich hier hoch? Ich springe rechts hier runter, oder? Ich springe erst mal auf die Nudeln hier. So knapp. Kannst du rechts hinten springen. Einfach. Klammer G. Oder auch nicht. Okay, natürlich auch. Sad. Tja, jetzt musst du wieder hochlaufen. Na, ich hoffe, diesmal geht schnell. Jetzt kennst du den Weg. Ich kann hier direkt irgendwas machen. Ich kann, achso, ich kann nochmal rüber übrigens. Nochmal rüber? Das stimmt, ja. Let's go. Na dann, machen wir das jetzt. Ja, das ist halt unglücklich, dass du da einmal so unlucky runtergefallen wirst. Das war auch Knabbel, 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 ausrichten. Feuer! Haboom. So auf die Schneespur durchdrehen. Oh, vielleicht. Okay, das ist wohl. Da, nicht nochmal, da, sondern muss rüber, genau, muss jetzt rüberziehen. Rüberziehen. Auf den Schneefleggen stehen. Wenn man auch durchdreht. Das ist schief. Gut, aber du rollst dich ja sowieso, du rollst ja dann sowieso gerade. Also du rollst dich ja sowieso ein Stück zurecht. Roll. Let's go. Wie Rupees. Wir haben wieder 200 Rupees voll. Crazy. Prost dich ja. Oh, Magician. Maho. Das, glaub ich, als Link machen. Mit Fallenboden, ja. Mit dem Auge der Wahrheit. Was sollst du jetzt noch was holen? Stochen, du darfst nicht zu nahe, oder? Nice. Nice hit, doh. Nice. Ah, jetzt kommt irgendwas. Jetzt wurde der Verführerlecker sich, glaub ich, verdubaliziert. Ja. Musst du richtig rausfinden. Da. Ah. Heißt kalt von hinten. Achso, das ist so in die Suppe. Ja. Oh. Komm. Da. Da ist das Richtige. Jawoll. Ich finde, er werde da noch stehen. Ja, auf der Links. Ja. Er wird das nicht ganz so durchsichtig. Ja. Taktik ist durchschaubar. Die Taktik ist durchschaubar, aber er halt nicht. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt haben wir den heißen Scheiß. Schlimmel. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.